Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir waren hier kurz nach unserem Kampf mit einem leicht übergroßen Viech stehen geblieben und haben uns noch mal kurz hier in der Basis umgeschaut. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas interessantes ist. Deshalb nehmen wir jetzt unseren Nomad und fahren mal weiter. Äh, wo ist er denn da? Ja weih, man ist hier gewartet. Nochmal eben Minimap kontrollieren. Ach du Schande, was ist jetzt los? Beständigkeit der Kunden? Ich war doch gerade da. Hm. Okay, Senkrechte macht er dann trotzdem nicht. Wo? Wo? Radiation damage should be a memorial a monument when there's time hard lessons. We can't forget Recovery is a long-term process Radiation levels normal Site one main building door code is acquired Pathfinder not the important part Sam The failure here was expensive Pathfinder. It's worn all of us down not just our shuttles Hmm Although here must be an Erinnerungspunkt No, that will not, that will not Where is the research station? That's great There Where are we going? I think that's it Come on Sam another memory prompt? One of your father's memories is now accessible Return to Sam node on the Hyperion to investigate further Yep What a plot Pathfinder another deceased colonist If you get me their name I'll update the records and tag the body for recovery Okay Okay Den hab ich doch Wo? Eh Es ist schön, dass ich jetzt Platinum finde, deshalb aber Wo ist denn noch eine Kolonistin? Eine tote Bin ich jetzt bekloppt? Hä? Man, er sagt ja selbst bei welchen die schon getagten sind Das finde ich ein bisschen... Dämlich Der ist schön Der ist schön Der ist schön Das war's für heute. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Data key. Specialist engineer, Amman Khothari. Chased down by what he was studying? Personnel deaths were not recorded. The chief engineer halted reports to the Nexus. That sounds bad, but nothing on EOS sounds good. Hatt sich das doch nochmal belohnt. So, irgendwo da hinten ist noch so ein Punkt, aber der ist mir jetzt zu weit weg. Wir begeben uns zum Nexus. Und schau mal, was uns dort erwartet. Für mich zu beginnen, habe ich für PB und Drak. Ich habe meine Rucksack in der Küche, ich werde da sein, wenn das okay. Und ich bin in einer der Escape Pods, mehr meine Speed. Das ist fantastisch. Willkommen bei uns. Any thoughts, Ryder? Wir sind adventurers. Whatever macht die Squad zufrieden ist okay mit mir. Wir sprechen über unsere Erfolg auf Eos. Äh, äh, äh. Ja, wir brauchen die Krohgan-Suggestein, die deinem eigenen Welt verabschiedet hat, von deinen eigenen Leuten? Fair genug. Wir fangen an. Zurück zur Arbeit. Wir schauen weiter. Genau. Hier ist meine einzige Frage. Wenn wir das nächste Vault aufbauen? Es war aktiver. Wir müssen das aufbauen. Hang on, hang on. Wir müssen nicht aufhörer Half-Cocked gehen. Es gibt Initiativ-Prioritäten. Die Team spricht die Schuss. Actually, the Pathfinder calls the Shots, just to be clear. Schleimrennen. So what do you need from us, Ryder? Hmm, was brauchen sie von uns? Kommen sie miteinander aus. Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Finding a home for tens of thousands in this hellscape is stressful enough without adding dysfunction. You got it, Boss. If Krogan are known for one thing, it's getting along. But not humility or self-awareness. Hmm. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drax, see Lexi for a physical. Good meeting everyone. Verbesserungen, Verbesserungen, Verbesserungen. Ja, das ist jetzt Inventar, Panzerung, Verbrauchsobjekte. Machen wir erstmal Fähigkeiten. Wir haben was zur Hölle? 16 Punkte? Das gefällt mir. Dann machen wir erstmal da einen rein. Bestätigen. So. Ziehen. Kriegt. Erstmal einen. Und dann... Ich verstehe ich nicht über... Ich verstehe nicht... Wie ich... Okay. Ja, hast du es jetzt mal? Okay. Wo ich sowas wie Verteidigung hochdrehe. Oder geht das automatisch mit dem Level? Hm. Okay. Überlastung. Kriegt auf jeden Fall... Zwei. Die Fähigkeit brauche ich ja wie... Sondermeer... Also ständig. Das Ding. Mehr Gesundheit fürs Geschütz. Hilfssysteme. Tech-Effektdauer. Tech-Kräfteschaden. Teamschilde. Achso, ja. Da hatte ich ja schon eine Stufe reingesetzt. Da könnten wir noch eine reinsetzen. Das ist durchaus nicht schlecht. So. Das ist Invasion. Infiziert Gegner mit invasiven Maschinenschwarm unter VOI-Kontrolle, der die Verteidigung schwächt und sich auf eine der Nähe ausbreitet. Ja. Das steht ihm. So. Biotic-Effektdauer. Kräfteschaden. Hm. Könnten jetzt noch aber ziehen und dann gebe ich das Einglossgeschütz wieder weg. Das ist so... Ehh. Ich kann mich doch im Moment tatsächlich nicht entscheiden. Dann machen wir was anderes. Machen wir... In Pistolen einreihen und... Kampfkräfteschaden macht gar keinen Sinn. Nehmen wir mal für das Scharfschützengewehr einreihen. So. Vorsichtshalber. Bestätigern. Kannst du nicht einfach automatisch Leveln einschalten? Hä? So. Nehmen wir mal Asari Eliteeinheit und Defensiv-Ausbildung. Zwei. Zwei. So. Energie Panzer, Betäubungsschuss. Hm. Wir machen das jetzt bei allen gleich. Ja komm. Ach. Der hat noch überhaupt nach unten keine Punkte. Okay. Was war der Blutrausch nochmal? Mit seiner wütenden Naturgewalt wurde ich seinen Nahrungsschaden, seine Schadensreduktion und seine Gesundheitsregeneration erhöht. Verbrennung. Verbrenne. Verbrennt das Ziel. Ne. Wir machen das hier. Das ist beim Krogan eigentlich immer ganz praktisch. Ah. Sie hat Invasion. Ziehen. Und theoretisch Schockwild. Aber da müssen erstmal 18 Punkte hier rein investiert werden in sie. Okay. Also die zweite Fähigkeit auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, sie kriegt Invasion als Hauptfähigkeit erstmal. So. Und damit haben wir noch Liam. Der kriegt auch einen hier rein. Den hier. Na komm. Und es ist Chaosangriff. Springt nach vorne, sticht mit seinen Universalklingen unten auf. Gegner hier ab. Mit der Energie entladen wird und alle Gegner in der Nähe beträubt und anfällig für Kombo den Detonationen werden. Wenn ich ehrlich sagen, zwei, die nach vorne springen, kann ich ja jetzt irgendwie nicht gebrauchen. So, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Profile. Yay. Wächter. Yay. Frontkörper. Yay. Entdecker. Experte. Gesperrt. Ach so. Das, was gerade aktiv ist, gibt mir das während des... Ah, okay. Und da oben steht der Rang daneben. Okay. Wächter. Gesamt-Kombo-Schaden. Kräfte. Kostenreduktion. Tech-Panzerung. Absorbiert einen beträchtlichen Teil Schadens, der die Schilder durchdringt. Okay. Frontkämpfer. Nahkampf-Schaden. Nahkampf. Nahkampf. Maximale Schildleistung ist cool, aber ich brauche keinen Nahkampf-Schaden oder Nahkampf-Stärke. Was ist der Unterschied zwischen Nahkampf-Schaden und Nahkampf-Scherke? Ne, das ist doch seltsam. Waffen-Präzision, Waffen-Stabilität. Ja, das ist doch... Ein Filtrator hört sich schon mal gut an. Waffen-Schaden, Waffen-Widerstand. Ne, Schadens-Widerstand. Was ist denn überhaupt gerade aktiv? Ja, und was muss doch aktiv sein? Ist gerade gar kein Profil aktiv? Das kann ich nicht wählen. Das ist noch gesperrt. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Haben sich meine Fähigkeiten jetzt verändert? Ne. Okay. Seltsam, aber okay. Kann ich mitlegen. So. Jede Menge neue Rezepte. Mad Dog. Mad Dog war gut. Ich habe nicht genug Eisen. Nein. Ich glaube, das war die Mad Dog. Aus Mass Effect 3. Bin ganz nicht sicher. Universal-Klinie 2. Gar nichts. Okay. Hier. Pathfinder. Brustpanzer. Brauche ich auf jeden Fall noch. Jede Menge Eisen. Katmium und Platin. Ach, du Schande. Okay. Alles, was Pathfinder ist, braucht Platin. Gut zu wissen. Ist ja auch gar nicht selten oder sowas. Und mal auf zur Brücke. We haven't really spoken since Orientation, have we? It's all been so hectic, but I'm sure things will quiet down soon. Can't be worse than the Nexus. Glad you stopped by. You'll pardon me if I keep an eye on our Vector? That's probably smart. Nah, nothing like being on the bridge of your very own ship, is there? You mentioned something about helping design the Tempest? Test pilot, mostly. Plunging through the Nemean Abyss was almost a preparation for the Scourge. Of course, it took a whole team to build the Tempest. I was the only one to come to Helios, though. Why did you? What can I say? Hey, we poured our hearts into a ship that wouldn't realize her potential until Andromeda. I could have stood on the shore and waved goodbye, or took the leap to see how it all turned out. Good idea. I get it. Like leaving a good story half-finished. The team liked that one of us was going. It felt right after all we went through. I remember Serena debugging line 2281 over and over, chewing that green pencil. Tian and O'Connell arguing equations, tapping on the console, three drips of coffee on the corner. You remember all that? Hmm? Oh, yes. Salarians have photographic memories, and apparently mine's unusually sharp. Like my past is still happening. Though I suppose with the Salarian Ark missing, you might not get many chances to compare. Did you hear anything about the Ark back in the Nexus? Not a peep. Isn't that strange? You'd think there'd be something. Not that I dislike your company, but it's lonely without other Salarians. What do you think they're going to film? Don't sweat it. We'll bring the Salarians home. Of course we will. I just have to be patient, that's all. I should get back to it, but thank you. I was afraid the Tempest would be mothballed after we lost your father. We built her for this. She deserves to be in a Pathfinder's hands. Please, come by anytime. Yeah, fine. Scans of the Scourge. All that dark energy, twisting and turning on itself. It's splendid. It's dangerous. And that's all I see. A mass of destructive, malevolent tentacles. I can appreciate the colors of a coral snake while recognizing that I wouldn't want to get close. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. Hmm? You mean a god? Yes. I believe in a higher power. I know it's a little odd. But I am a scientist, because science brings me closer to something greater than myself. Tja Leute, ich könnte mich jetzt bei einigen unbeliebt machen, aber... There's nothing about the universe that suggests a divine intelligence. And most of what we've seen in Helios is artificial, as you said yourself. Yes, but we're creative beings. Whoever made the Remnant was, too. Why should that be proof against a god? Wouldn't a true creator want to pass on the drive to invent? Hmm. Okay. Okay. If everything was set in place by some mysterious creator, why even be a scientist? If I have reverence for a creator, how could I not want to study their creation? My faith does not hinder my work as a scientist. It encourages it. Okay. My senses tell me what the world is. Science shows me how it came to be. And religion tells me why. I apologize if I offended you. I can be insensitive. You're fine. Being challenged forces me to dig deep in my beliefs. Okay. It's healthy. Now I should probably update the rest of the team with my latest reports. We'll talk later. Yeah. Oder auch nicht. Also, nee. Nicht wirklich. Hm. Äh. Ja, ich hätte euch versprochen. Wir fliegen zurück zum Nexus. Das seht ihr jetzt noch. Komm. Ähm. Ich will eigentlich... Ich kriege etwas. Ich kriege etwas. Klasterkarte. Ja, es ist so schön, dass sowas... Aber wir müssen erst mal... Äh. Ne. Von wo kamen wir denn jetzt? Ah. Zum Nexus. Ah. Ah. Familiar Territory. Der Nexus ist hier seit Monaten. Es gibt noch nicht genug Zeit, um alles zu beurteilen. Ich habe etwas zu holen. Irgendwie überall fängst du etwas auf. Wir machen es aber jetzt erstmal zum Nexus auf. Wir machen es den Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020